Ich hüpfe fünfmal auf Spidermans Netz ohne den Boden zu berühren und ich zeige euch ganz kurz, wo das beste Netz dafür ist. Denn es gibt viele Netze, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, keine Frage. Aber es gibt ein Netz, was ja gerade ausgerichtet ist. Und ihr wisst ja, wenn ihr auf das Netz springt, dann schleudert es euch irgendwie nach links, nach rechts oder sonst wohin. Ihr sollt aber fünfmal ohne den Boden zu berühren das Netz benutzen. Das heißt, ich fliege hier zum Daily Bugle und finde einfach mal ganz schnell das beste Netz dafür. Also ob ihr das jetzt hier mit der Seilrutsche genauso machst wie ich, das spielt keine Rolle. Kannst auch von unten loslegen, aber hier siehst du schon, du bist relativ gerade unterwegs, musst ein bisschen gegensteuern. Aber hier bin ich jetzt schon bei drei und jetzt kommt die vier und jetzt kommt der letzte Sprung, die fünf. Für mich das beste Netz. Ihr könnt natürlich auch waghalsig mehrere Netze ausprobieren, bleibt euch überlassen. Ich nutze das, ich finde es gut und ihr kennt jetzt auch den Platz. Also wenn es für euch passt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Aufgabe. Bis dann.